Nach sieben Spieltagen sieht es doch gut aus für Siebuschi. Das stimmt. Sie sind im gesicherten Mittelfeld, würde ich sagen. Und etwas Luft nach oben ist auch. Wird's jetzt gefährlich. Und den Freistoß können Sie jetzt direkt versuchen. Und jetzt gibt's eine Ecke. So, die kurze Variante. Jetzt können Sie vielleicht kontern. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Da ist die Hereingabe. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Der Ball ist draußen, gibt einen Eckball. Ecke kommt. Ball ist weg. Kommen Sie vielleicht nochmal ran. Schöner Pass. Guter Steilpass. Und jetzt die Chance. Da ist das erste Tor. Und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Den Ball hat er noch berührt, aber gereicht hat es nicht. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Lustig. Jetzt könnte es gefährlich werden. Defensiv machen Sie es gut. Guter Pass. So machen Sie das Spiel breit. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Drogba. Das könnte der Gelegenheit werden. Und die Situation geklärt. Ballverlust. Klasse Zuspiel. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Erstmal rausgefaustet. Pjanic. Fängt diesen Ball ab. Vorteil ist angezeigt. Cool von Unverteidischen. Janssen. Das gibt Freistoß. Aber zeigt er auch eine Karte. Richtig entschieden. Es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Janssen. Gibt es jetzt die Gelegenheit. Geht er rein. Gut abgeblockt. Den Ball hat er. Entschlossen geklärt. Drogba. Gut verteidigt hier. Keeper muss aufpassen. Wird das eine Torchance. Super Einsatz von Torhüter. Flanke jetzt. Lustig. Hermann. Jetzt wird es gefährlich. Er zieht ab. Nee. Der Abschluss war einfach nicht gut genug. Klasse Aktion. Ball ist weg. Es gibt Freistoß. Und das könnte gefährlich werden. Schöner Versuch. Das war Pech. Super Freistoß. Zentimeter fehlen. Garten sei einfach an den Ball gekommen. Da trennt er. Da trennt er ihn vom Ball. Janssen. Einwurf. Da gibt er Freistoß. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. vielleicht jetzt gehalten. Vielleicht jetzt gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Es gibt Ecke. Es gibt Ecke. So. Ecke kommt. Und die Situation ist wieder bereinigt. Drogba. Das könnte die Chance werden. Jetzt vielleicht. Weiter gefährlich. Jetzt können sie vielleicht kontern. Da holt er den Ball zurück. Wird's jetzt gefährlich. Schön dazwischen gegangen. Reschito. Super dazwischen gegangen. Weg ist der Ball. Das könnte gefährlich werden. Die Defensive steht. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Lustig. Da trennt er ihn vom Ball. Und jetzt der Schuss. Und das ist der Ballverlust. Drei Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Lustig. Knappe Pause. Knappe Pause. Knappe Pause. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Und der Ball lieber wieder zurück. Lustig. Jansen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Guter Ball nach draußen. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Jetzt könnte der Pass kommen. Da kommt der Schuss. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. Rishito. Klasse Zuspiel. Und jetzt die Chance. Sorgbar. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Jetzt steht es 2 zu 0. Das dürfte ihnen Ruhe geben. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und da ist der Ball wieder weg. Kaum wurde es gefährlich, holte sich den Ball. Klasse. Klasse. Lustig. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Jansen. Jetzt vielleicht. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Die Chance jetzt vielleicht zum Kontern. Der Ball spielt er raus. Das gibt einen Wurf. Lustig. Da passt er auf. Da gibt er zurecht. Freistoß. Wird das seine Torchance? Kaumann. Und jetzt ein Schuss. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Das könnte die Chance werden. Und jetzt die Chance. Und das muss ein Tor werden. Und das Tor. Da haben sie stark kombiniert. Und dann macht er das Tor natürlich auch ganz abgeklärt. Und der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Jetzt müssen sie aufpassen. Da trennt er ihn vom Ball. Er pfeift sie zurück. Es geht abseits. Gut den Körper eingesetzt. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Die Mitspieler kommen ihnen zu Hilfe. Da ist die Flanke. Und jetzt haben sie Platz. Geht er rein. Endlich kann er sich heute mal auszeichnen. Einwandfreie Parade von ihm. Gut, dass er heute auch mal ein Erfolgserlebnis hat. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Lustig. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Da kommt der Schuss. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Gute Aktion. Gut geklärt. Klapp. Freistoß. Und der hat er auch schon gelb. Da muss er doch besser aufpassen. Oh, den müssen sie jetzt abhaken. Ja. Kein guter Kopfball. Harmlos. Schön dazwischengegangen. Ballverlust. Und er gibt da Vorteil. Und er schießt. Keine schwierige Aufgabe. Der Abschluss war schlicht und ergreifend zu schwach. Jetzt wird's gefährlich. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Das macht er gut. Nein, 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 nein. Aber... Verstoß nicht. Das könnte gefährlich werden. Boah, Junge. Gutes Stellungsspiel. Und so holt er sich den Ball. Guter Pass. Jetzt vielleicht. Erpfeift. Elfmeter. Das war natürlich mit viel Risiko. Mit zu viel Risiko. Der Schiedsrichter werte dieses Einsteigen. Diese Grätsche. Richtig. Gut gemacht. Er kann hier verwandeln. Er läuft an und verwandelt diesen Elfmeter. Wirklich souverän gemacht. Auch auf diesem Niveau nicht selbstverständlich. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Heute sind sie eine Nummer zu groß für den Gegner. Was anderes kann man nach dem Spielverlauf eigentlich nicht sagen. Nee, dazu war es ganz klar zu eindeutig. Sie haben sich hier keine Blöße gegeben. Und jetzt ist schon... Eichum, mach sie mal. Warte, gefährlich. Hereingabe. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Das könnte der Gelegenheit werden. Jetzt die Flanke. Immerhin noch das Tor, aber an der Tendenz ändert das nichts mehr. Das wird eine Niederlage. Ja klar, Liegen zu deutlich hinten, da geht nichts mehr. 4-1 jetzt also. Wird's jetzt gefährlich. Da kommt die Hereingabe. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Das frühe Pressing jetzt. Regulär sind's nur noch 60 Sekunden. So, was machen wir? Da zieht er ab. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Viel Verkehr im Strafraum. Gleich kommt die Ecke. Kurze Ecke. Lustig. Der Torwart Faust den Ball weg. Klasse. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Janssen. Das Spiel ist vorbei. Der undparteiische hat abgepfiffen. Zwei Siege in Folge sind das jetzt gewesen. Sie scheinen wirklich... Zwei Siege in Folge sind das jetzt gewesen. ... ... Vielen Dank.